Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist sie, die wundervolle Kartoffelknolle. Damit ist das Thema genannt. Ich will euch heute Ausführungen über die Geschichte, die Inhaltsstoffe und den Anbau der Kartoffel machen. Außerdem erfahrt ihr etwas über die Schädlinge und die Verwertung einiger Sorten. Vor fast 500 Jahren kannte man in Europa die Kartoffel nicht. Die Pflanze stammt nämlich aus den Anden in Südamerika. Dort bauten Indianer die Kartoffeln als Nahrung an. 1525 drangen spanische Eroberer und Goldsucher in das Reich der Ureinwohner, den Inkas, ein. Sie entdeckten die Kartoffelknollen und nahmen sie als Reiseporiant und als Geschenk für den spanischen König mit. Aufgrund der schönen Blüten wurden die Wildformen der Kartoffelpflanzen zunächst als Zierpflanzen im botanischen Garten des Königs. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.